Servus Leute, zurück zu der letzten Folge von Destroy All Humans Capital City, da sind die letzten Herausforderungen, das letzte Mal wüten und das letzte Mal Challenges bestehen, dann habe ich alle Achievements, 100%iges Spiel wieder, sehr geile Sache, okay. Dann fangen wir doch gleich mit dem härtesten Handeln an, nämlich dem Rennen. Oh doch, Rennen, da bin ich mal gespannt, weil das sieht eher flach aus hier. Gut, probieren wir es. So, Jumpman. Okay. Boah. Nein, nicht so gut, aber wir machen es trotzdem mal. Okay, zwischen Skaten und normal. Das entspannt. Der hüpft immer über diese, okay. So, die schießen auf die Drohne. Da muss ich jetzt fliegen. Alles klar, weiter fliegen. Oh, hier hinten, war ich hier hinten schon in Capital City? Ich glaube nicht. Auf halbem Weg zur Vernichtung. Uh, das war knapp. Ah, ja. Ja, ich weiß noch nicht. Hervorragende Arbeit, Krypto. Ich glaube, ich habe da was verpasst. Jetzt habe ich auf jeden Fall was verpasst, oder? Du hast noch eine mickrige Minute, um deine Aufgabe abzuschließen. Nein. Oh. Leg ein Zahn zu, Krypto. Uh. Alles nicht so leicht hier. Wohin fliegt es? Hervoran, die Arbeit, Krypto. Okay. Wie war meine Zeit? Ich glaube nicht. Das war kein gutes Gefühl. Ich bin ziemlich häufig hängen geblieben und... Oh, das mit einem Boost. Ich glaube, das verlangsamt mich eher. Die beste Stadt der Welt. Ha! Und was den Selbstzerstörungsmodus der Drohnen angeht. Ich kann nicht beweisen, was genau da passiert ist. Aber du kannst mit einem weiteren negativen Eintrag in deine Akte rechnen. Okay. Ja, bei der Zeit... Ach Gottchen. Da habe ich ja vieles hängen gelassen. Das war nicht gut. Dieser Jetpack ist eher nervig im Anfangsgebiet. Den bräuchte ich eigentlich nicht bei den vielen... Bei vielen Sachen. Während du diese Drohne einsammelst, kannst du auch das Erlebnis genießen. Und vergiss die Daten nicht. Sie sind es! Hm. Okay. Keine Autos auf dem Weg. Sehr gut. Dieser Jetpack ist echt lästig. Diesem Mal habe ich es bekommen. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Du willst dich mit mir anlegen? Darüber, 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 darüber. Ja. Äh, äh, äh. Hervorragende Arbeit, Krypto. Ja. Jetzt aber Tempo. Hervorragend. So. Gut. Pimp. Wow. Du bist aber eine hässliche, kleine Feldmordelatung. Du hast nur noch eine mickrige Minute, um deine Aufgabe abzuschließen. Ha. Gute Arbeit, Türen. Am Ende habe ich mich verdrückt. Ha. Reicht es oder reicht es nicht? Gute Arbeit, Türen. Gute Arbeit, Türen. Und was den Selbstbestimmungsmodus der Drohnen angeht. Am Ende wurde es ein wenig ruggelig. Was genau da passiert ist. Aber du kannst mit deinem Beitrag in deiner Akte rechnen. Ja. Aber es reicht. Oh, und wie gut. Wie gut. Wie gut. Oh mein Gott. Ah. Eine halbe Stunde saß ich jetzt an dieser Challenge. Und ich musste an den Controller. Das ganze Spiel habe ich ohne Controller gespielt. Aber hierfür musste ich jetzt an den Controller. Aber das schwierigste Rennen auch geschafft. In meinen Augen. Gut. Sagen wir es so. Was ich jetzt herausgefunden habe. Mit Controller wäre das alles viel einfacher schon geworden. Hm. Hätte ich mal früher drauf kommen sollen. Das wird eine seltsame Begegnung der Schmerz ab. Na komm. Sterb. Abschauen. Hm. Erstmal nach oben. Und Überblick. Du hast das Recht. Auf den Tügel. So. Wir haben erst mal das Rennen geschafft. Jetzt ist glaube ich Entführung das nächste Schwierige, oder? Das ist das Armageddon. Das eine ist runter. Das ist Entführung. Dann gehen wir zu Entführung als erstes. Doch. Das ist das weiße Haus. Das ist das weiße Haus. Oh, wir schießen das weiße Haus noch nieder. Ich sehe schon. Halt. Liefere tote Agenten, um mehr zu halten. Tote Agenten. Okay. Hallo. Hoffentlich kommen da genug tote. Genügend Agenten. Wirf mir so viele dieser Art gehen. Wie du in deine Pseudopodien bekommst, hast du die von dir ab. Es liegt auch ein paar ihrer Fahrzeuge um. Ich will wissen, was sie antreibt. Okay. Okay. Sehr schön. Da haben wir ein paar Gegner. Da haben wir ein paar Gegner. Wir müssen tote ergänzen. Okay. Ich brauche ein paar mehr ergänzen. Alle haben Spaß. Haben wir mal jemanden gesehen? Ach, oder? Okay. Agenten an sich werden benötigt. Tote sind natürlich besser. Endstation. Alles auszutauschen. Lass mich raten. Ich brauche neue Agenten. Da. Ihre Regierung schickt schöne Grüße. Hört auf. Oh, ich muss auch mal am Leben aufpassen. Ich muss ein bisschen auf mein Leben aufpassen. Aber das sieht gut aus. Jetzt muss ich eher überleben. Ja, jetzt muss ich überleben. Wir haben es geschafft. Okay. Das ging. Jetzt können wir die Agenten scannen. Im Vergleich schon deutlich leichter. Im Vergleich schon deutlich leichter. Ach, ja. Okay. So. Das war das. Dann. Auf zur Randale. Was muss ich hier tun? Verwende die Analsonde. Oder extrahiere, um mehr zu heißen. Okay. Die Analsonde. Es ist an der Zeit, alle Sonden auszupacken und die Männer in sehr dunklen Brauen zu dezimieren. Wenn sie dieses weiße Haus verlassen, aber versuche ohne den Desintipator flach zu kommen. Probier mal etwas Rativierteres aus, um sie zu vernichten. So. Gönnen wir uns mal. So. Wir gönnen uns. Weg mit dir. Her mit euch. Ich habe Flashbacks. Und was kriegt ihr Flashbacks? Wir kriegen die Flashbacks. Hat er gerade gesagt, friss meine Po-Backen? Ich habe Flashbacks. Ich habe Flashbacks. Ich brauche von denen. Ich brauche von denen. Ich brauche von denen. Ich brauche von denen das Zeug. Nicht von allen anderen. Wo sind mehr Agenten? Komm. Ich bin gut geschossen, Krypto. Ich habe Flashbacks. Ich bin höchstverhersbar. Uh. Sehr schön. Schön. Vor den Leuten. Gönnen. Nicht von Mutanten. Aber wir haben es geschafft. Ich muss überleben. Ach, du Schande. Überleben. Überleben. Wir haben genügend Anal-Sonden eingesetzt. Es scheint mir, als wären diese Agenten wegen unseren Annahmen ebenso fragil wie die anderen Menschen. Nicht mal ihre Anzüge sind aus stabilerem Material. Wie billig die sind. Das war ein komisches Chaos. Aber wir haben genügend Anal-Proben entnommen, dass wir unsere Forschung weitertreiben können. Jawohl. So. Und jetzt bleibt nur noch der glorreiche Endkampf. Das glorreiche Finale. Das glorreiche... Der glorreiche Showdown. Nämlich Armageddon in Capital City. Aufpassen. Aufpassen. Hier rein. Oh, die nehmen wir mit. Danke. So. Armageddon. Entziehe... Markierte Ziele wieder. Okay. Legen wir los. Armageddon. Setz dein Raumschiff ein, um so viel Chaos wie möglich zu verbreiten. Vernichte alles, was dir vor dich hoch ist. Gerne. Perfekt. So, hier ist irgend so ein Ziel. Gönnung. Gönnung. Das brauche ich. Hier. Eher damit. Uh, hier einfach mal... Oh. Wie sieht es aus? Jawohl. Hier geht's so richtig zur Sache. Ich muss hier Sachen zerstören, sonst gehen meine Frames zugrunde. Ja, ich tue es ja. Ich tue es ja. Und natürlich wollen wir dann auch die großen Gebäude zerstören, die hier rumstehen. So, wo? Hier. Gönnung. Okay. Hier, Gönnung. Danke. Hier wieder Gönnung. Das da. Zum Beispiel. Mr. President! Oder ist es so? Ich weiß es gar nicht. Dir wohl. Oh, hier sieht auch sehr wertvoll hier aus, diese Gegend. Hm. Sehr gut. Moment. Ich brauche mal wieder ein bisschen... Oh, das war das Falsche. Danke. So. Geschafft. Ja, dann können wir noch mal schnell was zerstören, irgendwie so. Ich hätte gerne Lust noch... Ah, Mist. Das da zum Beispiel. Oder das da. Das ist riesig. Kann ich das zerstören? Nur teilweise. Ich weiß noch nicht, was das war, aber... Nächster Tagesordnungspunkt. Ein paar hübsche, bunte Denkenmeller errichten. Yes. Mach die Hände auf! Armageddon macht immer wieder Bock. Oh ja, und ist im Vergleich zum Rennen total entspannt. Okay. Goldmedaille. Ausrufezeichen. Damit habe ich alles geschafft, die ich habe... Na gut, bis auf die ganzen. Weg mit dir. Bis auf die... Uh, das sieht groß aus. Was passiert, wenn man... Das hier reinsetzt? Woaah. Hohohoho. Okay. Das war eine schöne Explosion. Oh. Und da hat man gleich die... Die Kumpels an... An der Backe. Das sind Explosions. Jawohl. Damit habe ich das Spiel komplett durchgeschafft. Ich habe alles geschafft. Bis auf vielleicht hier alle... Alle Sonden finden. Oh. Mr. Lincoln. Bäh. Das ist Mass Attacks, wie es Leibnod lebt. Oh, cool. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen, zuzusehen. Auch wenn ich jetzt so gegen Ende das Rennen zum Beispiel als Frustmoment hier erlebt habe. Gönnt euch die Raketen zurück. Ja. In dem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ciao. Bis zum nächsten Projekt. Explosion. 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 Explosion.